genau also fangen wir mal an mit der mit der straße beziehungsweise mit dem weg die bäume müssen wir dann auch noch weg machen genau also das ist unser schuppen der soll jetzt erstmal so bleiben wie er ist genau da kommt noch eine kleine kiste hin also hier ist ja leer nein ach so ja doch das sind die sachen die hier drin sein sollen richtig du nicht so genau richtig okay da unten im keller machen wir einmal weiter vielleicht macht das dann auch alleine das muss ich dann sehen okay also jetzt muss erst mal der baum hier weg denn da genau da soll ja auch die straße hin straße oder weg der soll bis nach vorne zum zollhaus gehen so den kann jetzt erst mal stehen lassen ich muss auch neues werkzeug bauen okay da will ich einen streifen frei lassen und dann soll ich hier das weg machen wir einfach mal die ganze länge hier das kann alles noch gerade sein hier so bist du baum also da wo ich jetzt gerade bin da soll dann kies hin habe ich kies mit tatsächlich habe kies mit auch dann haben wir noch gleich mal kies rein dann wissen wir schon mal was sache ist hier unternehmen kopfstein und dann wieder eine lage kies und ich muss auch gleich noch setzen ansammeln setzling ansammeln komm noch mit der will ja nicht so recht nach unten so ich habe jetzt keine bruchstein hier oder doch ein bisschen was so viel na das macht nix dann kann ich aus dem lager noch was holen so das stück machen wir dann einfach geradeaus weiter da kann ich erstmal den kies da rein hauen den ich gerade hier habe reicht es wohl noch um einen klotz reicht es nicht da ist egal so da kommt das auch immer an der lage bruchstein hin die müssen wir erst noch auf dem lager holen aber kies habe ich ja noch da dann kann ich gleich mal die andere spur mit kies legen ups was ist das ein loch im boden ein loch ist im boden jetzt muss ich wieder hoch kommen hier so da muss ich aber erde hin packen ja genau weil der kieser sonst durchfällt und wir haben auf jeden fall mehr erde als kies davon ist noch holz sehe ich gerade so jetzt mache ich da erstmal die die erde hin so und den kies na komm du auch noch so dann holen wir uns mal bruchstein aus dem lager wo zwei kies stücke da sind noch neun okay gut ich muss ja dann kann ich auch gleich noch mehr kies holen das ist ja auch gut und da will ich auch mal irgendwie was drüber bauen da das ja auch nicht gut aus und da ist noch ja nach ein andermal weg und was machen wir denn hier da sind jetzt löcher drin wo der kies drin war das schreit doch auch eben wieder nach dass man da was rein macht oh ja ich habe eine idee so eine terrassenwohnung die nach vorne hin offen ist von zwei oder fest drei stockwerke und da stellen wir ein paar möbel an das geht dann ein bisschen in die tiefe ja so okay kies so haben wir mal kies und bruchstein so lege ich da diese sachen erstmal hier weg die ich brauche zum beispiel dass das das die erde fichtenholz bretter das kann auch weg das kann weg und das kann weg die ein bisschen erde behalte ich mal ach und wenn wir schon hier sind dann machen wir uns gleich neues werkzeug ach ja eine axt auch so hey das ist eine spinne wo kommst du denn her die muss hier drin entstanden sein das kann ja nicht anders sein ja von unten kann sie nicht hochkommen weil sie nicht durch das loch passt von draußen rein kann sie auch nicht kommen weil sie die tür nicht aufmachen kann das passt mir gar nicht ich dachte es sei hier drin hell genug naja das ist dann offensichtlich nicht so ganz der fall so noch eine axt und dann schaufeln dann können wir die auch gleich mal verzaubern wenn wir schon dabei sind naja komm mit gleich wieder aufräumen hier das da das da okay so leute gehen wir mal nach oben und verzaubern gleich ein bisschen was wir haben ja 32 ähm äh level 32 da kann man was machen ist es dunkel draußen ja es wird jedenfalls dunkel ja das sieht so aus dann schlafen wir doch einfach mal hier wieder haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht wie sieht es denn hier aus ja also es wird das ist das ist das gebäude vom hafen naja ja 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 der hafen den machen wir auch immer fertig ah schöner sonnenuntergang abendrot gut wetter boot oder so heißt es doch so dann wollen wir mal eine spitzhacke ich nehme einfach mal das hier effizienz 1 haltbarkeit 1 und eine schaufel auch nehme ich das hier was haben wir denn da effizienz 2 ich muss nicht immer die ganz groß nehmen ja komm jetzt nehmen wir mal das hier was haben wir hier effizienz 2 das hatte ich mit 5 punkten vorhin auch vielleicht kriegen wir als 1 mit 9 ja mit 8 was haben wir denn da effizienz 2 das ist ja auch irgendwie komisch ne naja gut was soll es ne das gefällt mir nicht das sollte schon irgendwie na das sollte schon irgendwie angeglichen sein dass man da auch wenn man mehr level gibt dann auch mehr kriegt aber wahrscheinlich ist das gestuft ah da kann man ja mal nachsehen ich meine dass es da auf dieser wiki seite da was gibt aber jetzt während tages laufen wir außen rum hm wie sieht denn unsere welt jetzt aus von hier oben ja mhm wir müssen auch noch ein paar schafe bunt färben fällt mir gerade ein kommt alles noch so dann bruchstein haben wir jetzt bruchstein und dann also ich glaube wir machen jetzt erstmal die brücke hier dass wir hier den anschluss kriegen so da muss da muss da müssen noch bäume gefällt werden machen wir gleich na komm weg hier äh rein da so dann fällen wir doch mal die bäume das sind ja nur 2 jetzt erstmal so und dann müssen wir uns noch was überlegen was wir denn da noch als verzierung hin machen also ein paar blumen natürlich pflanzen vielleicht ne machen wir auch den einen oder anderen baum hin das soll dann aber ein größerer werden oh ja doch ich glaube das das wird gut so erreicht das hier ja dann machen wir einfach mal hier den weg wieder weiter jetzt muss ich aufpassen da habe ich wahrscheinlich wieder ein bisschen dicht gemacht ja und der muss äh ach gut dass ich nicht weit gefallen bin und wir hatten es jetzt nicht eingesammelt aber da habe ich da habe ich ein holz übersehen so ähm genau ich habe mir überlegt dass ich die procke auf ebener erde mache ach da ist ja immer noch holz ach das hängt da oben noch drin irgendwo naja ich werde es schon kriegen so ok machen wir erstmal bis da vorne hin alles ne ich fange lieber da vorne an das ist mir jetzt lieber den kies kann ich ja zur not immer noch weg machen genau so ah jetzt habe ich es eingesammelt gut so von hier ne bin wieder zu dick hier so ok jetzt haben wir den weg hier auch ähm ja also mit bruchstein kann ich auf jeden fall hier weitermachen auch ja doch ich weiß ich mache dann hier auch bruchstein und da kommt der bruchsteinmauer drauf und was ist denn da unten ein skelett äh ein ein zombie ja leider habe ich jetzt nichts äh um das glas schonend abzubauen ich muss es einfach kaputt machen so hoffentlich äh das ist zu viel da und da und da das hühnchen ist da immer noch unten das sind zwei übrigens habe ich letztes mal gesehen äh äh falsche taste wieder mal erwischt so und der auch dahin jetzt müssen die weg oh jetzt liegen gleich einsammeln so dann muss das hier noch weg und das da und das da so achso Moment ähm ja dann machen wir das so okay ähm Werkbank damit ich einen Zaun machen kann ne eine Mauer das ah eine Mauer genau so die Mauer da bin ich aber gespannt wie das jetzt aussieht so fängt dann hier an und geht bis dahin das ist zu viel und dann das da und da okay Leute also was haltet ihr denn davon ist jetzt nichts besonderes aber es sieht doch ganz nett aus ach jo finde ich schon jetzt muss aber der Baum auch noch weg so das war es schon und die Axt ist auch kaputt dann kommen aber jetzt die Schaufel zum Einsatz ich glaube ich muss das mal einen Schluck trinken ach ach ja ah da ist er wieder hm was mach ich denn da da muss ich denn da muss ich mich die Erde unterfüttern so erstmal wieder Bruchstein denn der hält der so ja jetzt ist die Erde darunter gefallen aber ist mir jetzt egal ja ich muss aber sowieso nach unten um die ähm hier Dienst zu machen die Unterfütterung ach ja okay dann dann bin ich ja schon runter gefallen da ist auch noch was dann kann ich ja gleich mal was essen wenn wir schon bemerken dass wir Hunger haben okay äh wo ist denn Erde da da drüben ist auch noch was ja das muss jetzt immer da bleiben so Erde ich brauche Erde okay das so ist das jetzt unterfüttert ähm ja das ist doch nicht so so okay und dann hier jetzt muss man aufpassen dass ich da nicht runter falle und da naja da gibt es zu viel so das sollte so genügen jetzt muss ich nur wieder hochkommen hier naja da muss ich mich hier durchbuddeln jetzt bin ich gespannt hoffentlich komme ich ja das war ja klar dass ich wieder genau auf den Weg komme naja da muss ich den eben reparieren oh da muss ich gar nicht so viel machen da ein Stück Erde und da ein Stück Erde und etwas Kies plopp so da mal Kies jetzt habe ich da noch ein äh und da noch ein Stück Erde vergessen also nochmal Erde wollen wir die Erde da und auch auswählen so bing und jetzt kann der Kies dahin ja so da haben wir den Kies okay ähm Bruchstein und erst wieder ins Inventar so da 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 kann ich jetzt da kann ich jetzt bequem weghauen oh die Schaufel auch wieder kaputt Moment der Kies muss hier auch weg genau denn da soll ja der Anschluss haben für die für den Bruchsteinweg dr nicht h die